82 Auszubildende von 43 baden-württembergischen Chemie-, Pharma- und Lack- oder Druckfarbenunternehmen waren bei Azubis in Motion dabei. Sie gestalteten drei Tage lang in Pforzheim ihre eigenen Weiterbildungsworkshops. Unter der Anleitung von erfahrenen Ausbildern und Trainern gingen sie unterschiedlichen Fragen nach. Wie bleibt man im Job gesund? Was kann das Unternehmen dazu tun? Wie können aus Null-Bock-Azubis motivierte Mitarbeiter werden? Die Auszubildenden nehmen mit, dass Aufgaben bezwingbar sind und dass ich mich für jede Aufgabe auch aufraffen kann. Die Azubis haben verschiedene Maßnahmen erarbeitet. Was zu einem gesunden Unternehmen kommt, das werden sie morgen präsentieren. Sie sollen Sicherheit haben, vor einer Gruppe zu stehen, die eigenen persönlichen und auch Spaß daran haben, eine Präsentation zu halten und aufzutreten. Die Azubis lernen hier, ihre Themen auf ungewöhnliche, auf unterhaltsame, auf spannende Art zu präsentieren und das Ganze angelehnt an das Konzept des Science Slam. Die Azubis lernen, wie wichtig auch Körpersprache beim Thema Kommunikation ist, dass es nicht nur die Worte sind, dass es idealerweise zusammenpasst und dadurch ganz viele Missverständnisse im alltäglichen Leben oder im Berufsleben vermieden werden können. Azubis in Motion ist seit 1999 eine sehr erfolgreiche Veranstaltung. Als Belohnung für besondere Leistungen und zur Erweiterung des Horizonts wird die Veranstaltung angeboten. Die Azubis erarbeiten sich hier selber ein Thema. Das heißt, sie sind selber aktiv, lernen viel über Teamarbeit und bilden ein richtiges Netzwerk, lernen Azubis aus anderen Unternehmen kennen, somit auch Einblicke in andere Unternehmen. Die Moderatoren leiten an. Sie sind keine Referenten, die Frontalunterricht machen. Das macht den Azubis auch besonders Spaß. Sie können in ihrem Thema eigene Schwerpunkte setzen. Ja, also ich habe mich schon am allerersten Tag sehr gut mit allen verstanden und die Gruppe, die hat einfach gestimmt. Also man ist in den Raum reingekommen, man hat auch schon die Leute gesehen und sie haben einen angelächelt und wir sitzen ja alle wirklich im gleichen Boot und sind ja wirklich alle in derselben Situation und deswegen war das sehr harmonisch und alle waren sehr offen und ja, wir haben uns alle super verstanden, waren auch weg zusammen und es hat alles sehr gut funktioniert. Weil es waren tolle Momente, die man gehabt hat und ja, in den drei Tagen war es doch erstaunlich, wie so eine Gemeinschaft auch wächst. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, hierher zu kommen. Auf jeden Fall hinkommen. Hat super Spaß gemacht und sehr viele nette Leute hier. Auch der Spaß kommt nicht zu kurz, aber mit Hintergedanken. Die Team Rally fordert die Arbeitsgruppen sportlich und in ihrem Geschick. Viele Aufgaben sind nur im Team zu lösen. Jeder kann, jeder soll mitmachen. Die Arbeit wird präsentiert und kritisch beäugt. So kann jeder von allen Themen profitieren und vor allen Dingen viele Ideen und Motivationen mit nach Hause und in den Betrieb nehmen.